Willkommen bei Carmen Nebel. Danke für diesen tollen Applaus, meine Damen und Herren. 18 Jahre Show und Spaß. Was hat man Ihnen gegeben? Eine Show-Ära geht zu Ende. Sie machen mich verlegen. Die große Abschiedsskala mit vielen Stars. Guten Abend Deutschland, guten Abend Österreich, guten Abend Berlin. Zum letzten Mal heißt es am Samstag, willkommen bei Carmen Nebel. 20.15 Uhr live im ZDF.